So Leute, stellt euch mal auf und drückt mal ein bisschen zusammen, dass es ein bisschen leicht ist für den Herr von Panther und so. Und hier im Loch stehen ist eh sowieso scheiße. Hier beim Spawn stehen auch noch einige Leute. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der King Panther und der Steve Piddy. Hey, nur schönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Wir befinden uns in Battlefield 3. Dort unten versammeln sich 64, nee 63 Leute, weil ich sitze ja im Flugzeug. Ist richtig. Und ich werde jetzt einen Weltrekord versuchen. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der King Panther und wir befinden uns in Battlefield 3. Ich habe versucht einen Multi-Roadkill mit dem Jet zu machen. Das Ganze war ganz schön schwierig. A, dass schon mal die Leute sich da einigermaßen vernünftig verhalten haben. Und zum anderen ist es auch nicht so einfach, dass den Server sowas verkraftet. Aber wir haben es versucht. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei denjenigen, die mitgeholfen haben, sich auch vernünftig verhalten haben. Ich weiß, es ist schwierig mal 10 Minuten still zu stehen. Aber wir haben es einigermaßen hingekriegt. Und das könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Viel Spaß dabei. Ich muss schon ein bisschen flach reinkommen. So, jetzt schießen. Schießen, 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 schießen. Ich komme. Oh. Viel außer. Ehrlich. OMG, Alter. Okay, ich komme. Ich versuche es. Und jetzt in die Luft schießen. Sieht total geil aus. Ich bleibe in den Leuten stecken. Ich glaube, es sind fast alle gestorben, außer ich. Echt jetzt? Da steht jetzt auch sogar Host-Nachricht. Los, knuddelt euch. Ja, da standen. Los, knuddelt euch. Ohne Scheiß. Ich komme. Geronimo. Oh, und in die Luft schießen. Wohohohohohoho. O-M-G, Alter. Hast du das nicht immer gemacht? Jetzt habe ich es mitgehalten. Oh, Alter. Alter, Alter. Alles ist, was ich gerade geeignet habe. O-M-G. Ich bin gar nicht gefehalten, Alter. weil ich so zähle. Oh, Gott. Oh, nachher tun wir im Video nur... ...tue ich mir nicht zu erzählen. O-M-G. Triple-Over-Hyper-Multi-Kill. Einfach nur geil. Das ist aber leckt noch. Mal kommt ihr nachher. Ja, ich merks. Boah. Wir haben einen feindlichen Soldaten. Und wie ich es macht. Wegen Panther-Frag. Wir haben einen fein. Wir haben einen fein. Wegen Panther-Frag.